Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 18. Mai. Gärtnereien kämpfen um ihren Platz im Westfeld, wie Studenten in ihren Entwürfen das Wahlhaller wiederbeleben und Forscher finden Ursache für plötzlichen Kindstort. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Zustände im gesamten Rhein-Main-Gebiet seien katastrophal. Das größte Problem sei aus seiner Sicht, dass bei der städtischen Vergabe oft das Unternehmen den Auftrag bekommt, das den niedrigsten Preis anbietet. Das sei für diese Unternehmen dann oft nur möglich, wenn sie sich für diverse Arbeiten-Subunternehmen suchen, die zu absoluten Dumpingpreisen arbeiten. Heinemann und Leschnik fordern häufigere und strengere Kontrollen seitens der Gewerbeaufsicht und des Zolls und dass bei der Vergabe städtischer Aufträge nur Betriebe berücksichtigt werden, die nachweislich die Arbeitsschutzgesetze und Arbeitnehmerrechte zu 100% beachten. Nur so könnten die Bedingungen verbessert werden. Die Betriebsinhaber haben den Eindruck, dass die Stadt keine Idee hat, was mit ihnen passieren soll, falls sie vom Westfeld weg sollen. Noch sei gar nichts entschieden, heißt es seitens der Stadt immer wieder. Den Gartenbaubetrieben geht es um ihre Zukunft, auch um Investitionen. Deshalb, so ihre Forderung, dürfe sich der Diskussionsprozess nicht Jahre hinziehen. Es ist eine der geschichtsträchtigsten Kulturstätten der Stadt. Das Walhalla steht seit Jahren leer und soll nun wiederbelebt werden. Als das Thema voriges Jahr wieder im Kulturbeirat war, nahm Professorin Isabella Lieber das zum Anlass, um daraus eine Entwurfsaufgabe für ihre Architekturstudierenden an der Hochschule Rhein-Main zu machen. Ein Semester lang konnten die Masterstudenten einen Entwurf konzipieren, wie sie die Räumlichkeiten in der Mauritiusstraße gestalten würden. Zur Belohnung gab es eine Ausstellung in den Räumlichkeiten der Wiesbadener Industrie und Handelskammer. Unter dem Titel »Walhalla neu gedacht« läuft aktuell die Schau, die acht Entwürfe für das leerstehende Walhalla zeigt. Die Ideen gehen von einem Festspielhaus über ein alternatives Kulturzentrum bis hin zu Räumen für Werkstätten und Kunsthandwerk. Unter den Entwürfen ist auch ein Vorschlag, der auf eine Kombination von Wohnräumen und Theater setzt. Bei einer größeren Auseinandersetzung in der Wellrittstraße wurden am Montagnachmittag ein 42-jähriger Mann schwer und mindestens zwei weitere Personen leicht verletzt. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Gegen 15.20 Uhr sei der Polizei eine Schlägerei mit etwa 15 Beteiligten gemeldet worden, bei der die Beteiligten unter anderem mit Stühlen aufeinander losgegangen seien. Als die Polizei in der Wellrittstraße eintraf, sei jedoch keine Schlägerei mehr im Gange gewesen. Rund 100 Personen hätten sich jedoch dort im näheren Umfeld aufgehalten. Die Polizei forderte daraufhin weitere Streifenwagen an. An der Ecke zur Helinenstraße fand die Polizei dann einen 42-jährigen Mann, der durch eine Stichverletzung am Arm verletzt war. Wie die Polizei weiterberichtet, wurde er von einem 49-jährigen Mann bereits versorgt. Die Polizei geht davon aus, dass der 42-Jährige bei der vorangegangenen Schlägerei mit einem Messer schwer verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung der Verletzung stationär im Krankenhaus aufgenommen. Wir blicken auf den Fußball. Knapp 150.000 Fans der Frankfurter Eintracht und der Glasgow Rangers stürmen zum Europapokalfinale nach Sevilla. Aus Deutschland und Schottland fliegen am heutigen Mittwoch so viele Sonderflüge nach Südspanien, dass der Europäische Fußballverband UEFA sich höchstpersönlich dafür verantwortlich zeichnet, welche Flugzeuge direkt am recht kleinen Flughafen der südspanischen Stadt landen dürfen und welche an umliegende Airports umgeleitet werden. Denn, auf Sevillas Flughafen ist nicht genug Platz, um all die Maschinen zu parken. Und die UEFA trägt dafür Sorge, dass die Umverteilung gerecht verläuft. Tagsüber hat die UEFA mit den Clubs Fan Treffs mit Auftritten von bekannten Musikern auf zwei großen Plätzen in der Stadt organisiert. Ganz Sevilla ist mit den Fahnen der beiden Finalteilnehmer geschmückt, Straßenbahnen sind großflächig mit den Logos der Eintracht und der Rangers beklebt, auf dem Plaza de Espana wurde eine riesige Nachbildung der Europa League Trophäe aufgebaut, hunderte Fässer Bier stehen bereit. Es ist also alles angerichtet für eine gigantische Sause. Zum Schluss noch ein Blick in die Medizin. Australische Forscher haben entdeckt, dass es ein Enzymmangel sein könnte, der eine wichtige Rolle beim plötzlichen Kindstort spielt. Die Ergebnisse ihrer Studie wurden Anfang Mai in einem Fachmagazin veröffentlicht. Die Forscher haben getrocknete Blutproben von mehr als 60 verstorbenen Babys untersucht, die einige Tage vor der Geburt im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen entnommen worden waren. Als die Babys später starben, waren sie zwischen einer Woche und zwei Jahren alt. Ihre Blutproben wurden mit denen von lebenden Babys verglichen. Es zeigte sich, dass bei den verstorbenen Babys die Aktivität eines bestimmten Enzyms signifikant niedriger war als bei den lebenden Babys. Das Enzym könne den Erregungsweg zwischen Atmung und Schlaf beeinflussen, was erklären würde, warum der plötzliche Kindstod im Schlaf auftritt, so die Forscherin. Der plötzliche Kindstod ist eine der Hauptursachen für den Tod von Säuglingen in westlichen Ländern. Er mache fast 50 Prozent aller Todesfälle bei Neugeborenen aus, heißt es in der Fachzeitschrift. Die meisten Fälle treten im ersten Lebensjahr, und zwar im Alter zwischen zwei und vier Monaten auf. Jungen sind etwas häufiger betroffen als Mädchen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM